lächeln ist die beste medizin wer lächelt gewinnt und lächeln ist macht das zumindest behaupten die erfinder des smile power day ob da was dran ist kann mir bestimmt fotografin yvonne sophie töne sagen eins lerne ich schnell wer vor ihrer kamera lächelt meint das auch so die fängt immer an ganz künstlich zu lachen funktioniert auch bei mir aber jetzt schluss mit lustig und zurück zur macht frage lächeln ist auf jeden fall eine gute macht denn lächeln ist ja eine ganz positive körperliche und eben dann auch geistige äußerung ja also wenn man lächelt das macht ja was mit mir mit meinem geist meiner seele und mit anderen mit den anderen die ich an lächle lächeln erzählt mir fotografin yvonne sophie ist eine universelle weltsprache und noch dazu eine unmissverständliche wer lächelt liegt richtig es gibt ja viele verschiedene gesten und signale die unterschiedlich gedeutet werden in unterschiedlichen kulturen ja bei in unserer kultur ist das kopf schütteln ein nein es gibt kulturen als das ein ja aber lächeln das ist universell das versteht jeder es steht eben für für wohlwollen für offenheit oder auch für befriedung von feinden ja und es löst immer etwas positives aus aber nur wenn das lächeln echt ist sonst empfangen wir signale die uns sagen hier stimmt was nicht das sind so ein bisschen so oder auch so da merkt man halt das ist nicht echt hallo ich bin ihre servicekraft das ist falsches lächeln da bewegen sich die augen nicht mehr das bezieht sich nur auf die mundwinkel und bei dem echten lächeln da bewegt sich ja das ganze gesicht da sieht man lächel oder lach fältchen an den augen und das ist dann das lächeln was auch positiv auf uns wirkt das gilt natürlich auch für das perfekte fotolächeln ich hatte zum beispiel mal ein paar shooting so im 50er jahresstil und da habe ich dann ihm ein akkordeon in die hand gedrückt und er sagt ich kann überhaupt nicht spielen da habe ich gemeint ja das ist sinn der sache spiel trotzdem das klingt dann nämlich richtig schief und bescheuert und dann müsst ihr auf jeden fall lachen und dann sind da echt super bilder herausgekommen die macht des lächelns ansteckend aber nicht gefährlich